wir inspizieren mal das dach markus wollen wir da mal eine plastikfolie drauf nageln jetzt vater sohn und heiliger geist hier ist jetzt hippiehausen hier haben wir jetzt eine schöne möglichkeit um uns auch mal auszuruhen vom leben das leben ist ja auch anstrengend also hier wird sich ausgeruht hier ist sozusagen der feierabendort auch der mobs weiß dass man so braucht und vertrennen findet kunstadt hier geht richtig was ab das ist hier hippiehausen im kümoland und wir machen das dach jetzt dicht ich danke udo lindenberg der uns hier mit einer summe geholfen hat dass wir uns das hier wirklich geil machen können lieben dank udo hippiehausen ist nicht schön hier gut wir informieren euch